Und zwar, gestern habe ich ein bisschen Kopfschmerz gehabt, da habe ich ein Medikament gegeben, 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 Papa, ja gestern war ich sehr müde und leider hatte ich keine Chance, aber, wenn wir uns Deutschland sehen, dann etwas in der Zwischenzeit, sondern gibt keine Chance. Wie geht das? Was ist mit dem Wasser? Untertitelung des ZDF, 2020